Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Und das könnt ihr machen, indem ihr ihn abonniert bzw. an einer Kanalmitgliedschaft dalasst. Klickt einfach mal auf Mitglied werden und dann seht ihr alle Vorteile, die ihr dadurch bekommen könnt. Wir kommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal, welche Fachbereiche es im Beamten-Test überhaupt gibt und wie man sich optimal auf diese vorbereitet. Viel Spaß beim Video. Kommen wir jetzt zur Vorbereitung. Was muss man überhaupt beachten, wenn man diesen Beamten-Test dann tatsächlich schreiben möchte, diesen Einstellungstest? Und zwar ist es ganz wichtig, dass logisch schlussfolgerndes Denken angeregt werden soll. Das heißt, der Test basiert insbesondere darauf, dass man guckt, ob die Fähigkeit zum logisch schlussfolgernden Denken vorhanden ist. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, logisch zu denken, schlussfolgernd zu denken, dann ist dieser Test perfekt für euch gemacht. Und auch wenn es nicht so ist, dann habt ihr die Möglichkeit, das natürlich zu trainieren. Und dabei gibt es fünf Hauptbereiche, die ihr bei der Vorbereitung abdecken solltet. Und zwar zuerst die deutsche Sprache bzw. Deutsch als Allgemeines, dann Mathematik, Logik, Allgemeinbildung und die Konzentration. Was verbirgt sich jetzt hinter den einzelnen Bereichen? Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich große Überbereiche sind, die dann aber ganz konkret nochmal runtergebrochen werden. In Deutsch ist es beispielsweise so, dass viele Grammatikfragen drankommen, Grammatikaufgaben, Textverständnisaufgaben. In der Mathematik ist es so, dass Basiswissen abgefragt und die Logik ist tatsächlich ein Teilbereich, der sehr wichtig ist. Denn hier werden insbesondere durch verschiedene Aufgabentypen soll dieses logisch schlussfolgernde Denken tatsächlich angeregt werden. Und ihr sollt damit überprüfen können, ob ihr überhaupt die Möglichkeit habt, verschiedene Aufgaben im Bereich des Bampen zu lösen. Allgemeinbildung ist etwas, was beispielsweise einfach mal angeregt durch das tägliche Nachrichtengucken meistens sehr ausgeprägt ist. Das heißt, hier können aus ganz, ganz vielen Fachbereichen Fragen kommen. Und meistens ist es so, dass wenn man sich gezielt die letzten drei, vier Monate dann als Vorbereitung auf den Test praktisch die Zeitung durchgelesen hat, dann hat man die Möglichkeit, wirklich sehr gut durch diese Fragen durchzukommen, weil hier wirklich sehr allgemeines Wissen abgefragt wird, was aber dennoch nicht unbedingt einfacher ist, aber was für die meisten eine sehr schöne Möglichkeit bietet, hier viele Punkte zu holen. Und Konzentration ist tatsächlich eine Fähigkeit, die abgeprüft wird durch verschiedene Konzentrationsaufgaben. Das heißt, ihr müsst beispielsweise verschiedene Dinge zuordnen oder ihr müsst euch bestimmte Dinge merken. All das sind Aufgabentypen, die immer wieder gleich sind und dementsprechend auch immer wieder abgeprüft werden und von euch auch bestmöglich vorbereitet werden können. Außerdem, ganz wichtig, Vorbereitung ist zwar schwierig und das sind große Themenbereiche, die ich jetzt gerade genannt habe, aber dennoch ist sie keinesfalls unmöglich. Sie ist definitiv möglich und es kann sogar richtig Spaß machen, wenn man sich mit diesen einzelnen Fachbereichen oder Hauptbereichen auseinandersetzt und sich ganz gezielt auf das Studium vorbereitet bzw. auf die Ausbildung vorbereitet und damit natürlich auch schon mal ein bisschen in diesen Lernflow kommt, den man später eh haben wird. Und damit möchten wir uns ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit, die ihr diesem Video gewidmet habt. Wir hoffen, wir konnten euch optimal für den Beamtentest vorbereiten bzw. euch eine kleine Hilfestellung geben, was man denn überhaupt machen kann zur Vorbereitung. Natürlich möchten wir noch ganz viele weitere Videos zum Beamtentest machen. Falls da Interesse besteht, schreibt einfach mal in die Kommentare, welche Themenvorschläge ihr denn so habt. Und ansonsten soll es das gewesen sein. Wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Abonniert dazu gerne den Kanal, lasst gerne eine Kanalmitgliedschaft da und ansonsten haut rein, lasst ein Like da und ciao. Und wir starten auch direkt mit dem Grundsätzlichen, was ist denn dieser Beamtentest? Erstmal kann man grundsätzlich sagen, es ist eine Auswahlprüfung für das Studium bzw. die Ausbildungsplätze, die der Staat vergibt. Es ist ja ein staatlicher Studiengang, der einen befähigen soll, praktisch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Beamtenlaufbahnen einzuschlagen. Insbesondere ist es natürlich so, dass es da ganz verschiedene Felder gibt. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass beispielsweise Lehrer beamt sind. Nein, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, verbeamtet zu werden. Und dementsprechend ist auch dieser Test gewählt, denn dieser Test ermöglicht wirklich, für verschiedene Studiums- und Ausbildungsplätze eingestellt zu werden. Dementsprechend lässt sich das Ganze auch tatsächlich so benennen, wie wir das einmal da zitiert haben, nämlich den Einstellungstest für den öffentlichen Dienst. Und das ist letztendlich nichts anderes als dieses Kurzwort des Beamtentests. Tatsächlich heißt der offizielle Einstellungstest für den öffentlichen Dienst. Und dementsprechend seht ihr auch, wofür er gemacht ist. Er ist letztendlich für die Einstellung für Beamten gemacht und ermöglicht dementsprechend auch die Einstellung. Dieser Test muss von jedem bestanden werden, der letztendlich verbeamtet werden möchte oder eine Beamtenlaufbahn einschlagen möchte. Dabei werden Grammatik, Textverständnis sowie die Textgestaltung sehr hoch bewertet. Das heißt, das ist sehr wichtig für diesen Test. Wir werden das natürlich gleich nochmal dezidiert auffassen. Grammatik, immer eine sehr wichtige Sache. Es bezieht sich natürlich alles auf die deutsche Sprache. Tatsächlich ist beispielsweise Englisch noch kein Teil des Beamten-Tests. Textverständnis sowie Textgestaltung, das ist letztendlich auf dem Niveau, wie es auch an einem Gymnasium bzw. an einer Realschule gelehrt wird. Textgestaltung meint dabei insbesondere, dass man verschiedene Textformate, wie beispielsweise Reden, Darstellungsschreibung, deskriptives Schreiben beherrscht und dass man dies auch umsetzen kann. Dabei geht es dann darum, dass alles, was ihr da vorfindet, ein Großteil der Fragen immer wieder repetitiv ähnlich sind. Das heißt, ihr könnt euch da wirklich sehr gut darauf vorbereiten, denn eine gezielte Vorbereitung ist ermöglicht ein sicheres und bestmögliches Ergebnis. Und diese gezielte Vorbereitung ist überhaupt möglich, weil ja ein Aufbau und der Großteil der Fragen immer wieder wiederkehrend sind. Das heißt, sie sind sehr ähnlich. Und wenn man sich die Vorjahrestests anguckt und sich darauf sehr genau vorbereitet, dann hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen und dementsprechend natürlich auch für sein Studium oder seine Ausbildung ausgewählt zu werden. Und dementsprechend habt ihr mit dem Beamten-Test zwar ein Test, der sehr breit ist und sehr groß ist, allerdings auch die Möglichkeit, euch sehr gut im Ziel darauf vorzubereiten und dementsprechend sicher eingestellt zu werden. Und damit kommen wir dann auch zu den letzten, was natürlich auch nochmal wichtig ist. Welche Fragen können denn überhaupt drankommen? Welche Fragen könnten relevant sein? Und da habe ich jetzt einfach mal drei Beispielfachbereiche herausgenommen. Erstmal Allgemeinbildung. Das hatte ich gerade schon mal gesagt. Es kann durch das Konsumieren der Nachrichten stark verbessert werden. Allgemeinbildung ist immer ein Fachbereich, auf den man sich nicht so gut vorbereiten kann. Denn letztendlich können jede Frage rankommen. Es kann die Frage sein, wie viel Bundesländer hat Deutschland? Oder es kann natürlich auch die Frage sein, wie heißt denn überhaupt unser Bundeskanzler oder unsere Bundeskanzlerin? Aber es kann genauso gut die Frage sein, wo liegen denn überhaupt die USA? Wie viele Staaten haben denn die USA? Und letztendlich kann es auch eine Frage sein, wer hat denn überhaupt Faust geschrieben? Und all das, ihr seht schon, sind sehr große Themenbereiche. Und man kann sich gar nicht gezielt auf dieses sehr breite Feld abdecken. Aber ihr habt die Möglichkeit, durch ständiges Konsumieren von Nachrichten, das schon mal stark zu verbessern. Insbesondere auch Zeitungen. Wenn man aktiv etwas liest, dann hat man wirklich die optimale Möglichkeit, sich darauf gut vorzubereiten. Mathematik ist tatsächlich etwas, was überwiegend die Logik abprüft und Verständnisfragen. Das heißt, hier wird nicht komplizierte Oberstufen-Mathematik abgeprüft, sondern hier werden Logik- und Verständnisfragen abgeprüft. Und diese sind meistens bestehend aus Altklausuren. Das heißt, die verschiedenen Fragen, die schon mal in den Beamtentest drankamen, sind zugänglich. Sie sind verfügbar. Und deswegen solltet ihr damit unbedingt lernen. Altklausuren sind nicht nur in der Uni eine super Möglichkeit, sich vorzubereiten. Nein, auch in der Vorbereitung auf diesen Beamtentest bieten sie eine ideale Möglichkeit, sich auf diese verschiedenen Fragen vorzubereiten und können tatsächlich sehr genau erprüft werden. Und dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, das sehr gut nachzuverziehen. Deutsch ist tatsächlich ganz einfach zusammengefasst. Lesen hilft. Je mehr man liest, desto mehr hat man auch ein Textverständnis. Und natürlich ganz wichtig, je mehr man liest, desto besser ist das Gefühl, was man für die deutsche Sprache entwickelt. Und je besser das Gefühl für die deutsche Sprache ist, desto besser kann man bestimmte Grammatikaufgaben lösen. Natürlich kann man sich auch nochmal gezielt mit verschiedenen Grammatikaufgaben vorbereiten. Aber meistens ist es tatsächlich so, Leute, die im Vorhinein sehr viel Bücher gelesen haben, die schneiden in diesen Tests besser ab, weil sie einfach die Grammatik besser beherrschen und sich ein besseres Verständnis für Satzkonstruktionen haben, die teilweise auch sehr komplex sind. Denn tatsächlich ist es so, dass auch sehr komplexe Satzstrukturen abgefragt werden können.